das kann nicht wahr sein ihr Stuhln alter abgeschmiert heizig kalt und jetzt müsste Theo schon bestellt ich bin in einer Höhle, da passiert mir nicht mehr ja, ich bin in der Höhle von sich verloslegen na, in meiner Höhle also selber angefertigt sage ich jetzt mal so krach verstehe ich, verstehe ich, verstehe ich Alter, ich raste gleich aus Mann bitte ruhig ich bin dran sag mal die Koordinaten Mann, ey, kommt das noch, Junge kriegst du überhaupt noch geschissen Mann, ey sag mir mal die Koordinaten zum 10. Mal meine Fresse, Junge 490 und äh also minus 490 und plus 470 nicht also geht's für 500, Kevin minus 500 und 500 Mann, ey Stulle boah, Wattenhauswaster, Willi, Wattenhauswaster ja, was ist denn hier los? was ist denn hier los? boah, ey, ich war schon wieder verreckt ich will meine Diamanten haben ich will meine Diamanten haben ich will die sag nochmal oh Kevin, schreib sie auf den Zettel, Mann ich hab die Diamanten wieder ich hab sie wieder boah wo bist du denn jetzt? jetzt ist Kevin Brogley wo bist du, Mann? weiß ich nicht ich weiß ja nicht, welches vor den Daten wir haben ja, in welches BIO boah, Mann vielleicht bin ich rum nee, du bleibste ne ne alter das kann nicht wahr sein ich muss hier weg ich muss hier weg ganz zügig lecker hallo echt, Mann, steh dich nicht, du bist vier zu bleiben ja, echt, Mann, das würde ich sagen, das greif euch nicht an wir seid hier weg bei einer Umschau da steh kein Wort für mich halt immer nur scheiße und ich halte die Schwester gehen wir nicht an ich halte Zeit, wenn du überhaupt nicht weißt, welche Koordinaten Kevin ist scheiße, Kevin halte die Schwester ja ah, die haben wir Kevin nimmt sich übel die Anfänger hier von heute meine Presse, ey das ist da, da ist doch nicht dabei, mit Koordinaten aufdauern zu wiederholen das sind, das sind Wörter zu sagen, du hast kein Plan, ey Willi hat's nicht so Willi hat's nicht so Willi hat's nicht so 10 Mark hallo, ich bin Mario wie war das mit Klauen, nicht Klauen, ne das ist halt ein Diamanten habe ich nicht gekauft, oder? hast du nicht, ich habe ich immer ein Invental gekauft ja, mach das bei Dating, wie ist das? ich habe kein Holz ich habe kein Holz Mann, der hat mal Diamanten abladen hä, du hast einen Diamanten wieder? ja ja ich habe doch gesagt, ich bin nicht weit vom Spahn gestorben ich sehe, die Rüstung hat auch nichts genutzt ja, du bist ja auch in der Mauer gestorben ja, und? ja, da bringt die Rüstung nichts ach so du hättest mal raus springen können du hättest wahrscheinlich nicht gestorben ne, hätt ich nicht, bei mir waren drei Schichten und ähm, ja und an dir, und es waren noch Wände ich bin wie ein Loch gefallen kannst du dir dann angucken Machen wir auf uns genau zu dem Zeitpunkt schalte ich dann weg wo ist Kevin? ich habe nach der richtigen Z-Achse, aber ich habe bei der X-Achse noch 2 nach 8 gestellt da wies die Koordinaten schon wieder nicht, mein Willi doch, ich weiß den noch Willi, du darfst jetzt nicht ausrasten du darfst jetzt nicht ausrasten, Willi naja, ohne Spaß, ey und faszin wääh 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 naja Maiu geschmeidig wir kommen auf den Kackberg wieder hoch, ey Willi, ui das wird man nicht ich bin Willi und ich denke nach Kuh ich bin Willi und meine Mutter schmiert mir ein Salami Brot sie ruft mich Pupsi ich knox sie an und ess und esse dann mein Salami Brot Nein, das Salami Brot Salami Brot Mann Ok Salami Brot Salami Brot Stink Stink nach Kot Salami Brot Salami Brot Ja Kann singen doch kann oder doch ist ja du ich habe ich habe ja du bist zu leise nein Willi ist zu leise ja ich bin es ist so dunkel es ist so dunkel hallo ja was los immer noch ob es immer noch ist was es regnet immer noch dass es immer noch so ist ja es regnet noch nein doch ob ich immer noch reise bin es regnet mach dir nichts draus es ist immer noch reise schild teo ich habe den teo ich habe den Regen nicht verstellt macht man doch mal ein Schild na erstmal regeln ja ja cool fick dich Fick dich Donner leck mich doch am Sack du Arschloch kannst du mir gar nichts du bist nur Gottes Kack hallo salami Brot salami Brot ne Käsebrot heißt das Batman achso ich bin Peter ja wo bist du ach da es ist mein Brot mein Mario tut mir leid Mario Mario das kann ich wahr sein ich bin wieder da bei dir vorhin schon erzählt ab redstone habe ich euch schon mein redstone Lied vorgesungen mein redstone Lied redstone redstone ne will ich auch nicht jetzt habe ich die Schnauze voll von dir Theo alter guck mal schnell was ich gebaut habe bei mir da gehen ja meine ganzen Level wieder weg ne Arschloch ey geil Theo warte nein geh nochmal zurück was das denn da für ne Bude das hier das ist mein hier kommt mein Bett rein warte das mach ich mal schnell wo ist mein Bett hin das sieht geil aus mein Bett ist weg guck mal in deinen Walle das ist nicht in deinem Inventar oh nee jetzt muss ich mich wieder schrafen habe ich noch volle zweimal volle habe ich noch liebe Geier oder hier habe ich meine Freizeitstage und ja da gehts raus und deswegen will ich wissen wie man so ein komisches Ding macht so ein äh helft nicht ein Kessel ne was willst du machen ist egal ne sag mal ne ne ich brauch erstmal nicht möglich hier mag keine ja was denn warum hast du da eigentlich ein Weizen gepflanzt Theo so das ist gut aussieht mhm damit man das Fenster dann noch sieht das wächst da hier hoch so bau 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 dasselbe mache ich jetzt auf der Seite mhm ich verstehe dich ok ich geh mal wieder raus aus dir ich sehe dich das ist nicht gut das ist nicht gut warte ich sehe dich ich sehe dich Kevin 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 nicht weg anrufe da hinten so gehen boah wie dieses aggro heute ja aggro krebs junge sackle Wer hat denn jetzt so geschrien? Nein, ich hab nicht geschrien. Kevin. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Bau doch einfach alleine, du Bob. Nein, die wollen hier ihren Traumfeld verdüchen. Was? Zusammen Kinder? Nee, Homo eher. Naja. Achso. Müsste aber nach Frankreich ziehen. Ach nee, das ist ja bei uns auch erlaubt. Nee, ist Homo eher bei uns erlaubt, ja? Ja. Nee, würde ich sagen nicht. Doch, oder? Nee, keine Ahnung. Mario, sag mal. Was denn? Google mal, Homo eher in Deutschland. Ist das erlaubt? Ja, klar. Oh, Mario, wollen wir Kinder kriegen? Ja. Nee, ich stehe ja Frau Butkas Hintern. Achso. Guck mal. Oh oh. Guck mal. Geil, oder? Heaven. Was denn? Das ist geil, oder? Ja, ist nicht da. Guck mal. Da geh mal da rein. Mach noch Spaß. war das wieder seine mutter mayo war das seine mutter sie hat sich gerade wieder eine mutter angehört oder war das willis motor und so viel aber ihre sollen die scheiße in der nächsten grieber dass du mir zur zeit die bescheid Das ist auch schon, weil studiert ist. Ey, wir geht's direkt durch, glaube ich. Ich kann einfach nicht. Also, ein Eisenproblem habe ich nicht. Was sagst du denn? Man kann jemand jetzt mal dieses scheiß Regen hier ausmachen. Ich würde gerade sagen, wenn jetzt ein Küper kommt, auf jeden Fall stehen zwei hinter mir. Legend. Also, ich fummel hier in der Lava rum. Hört ihr mich überhaupt? Ja, jetzt wieder, gut. Und warum hört mich Kevin nicht? Weil Kevin eine Stolle ist. Kevin ist wirklich hart behindert. Was ist das Wort, Kevin? Weiß denn du? Lecker. Was? Aha. Oh, das kann ja nicht wahr sein. Jetzt muss ich schon wieder da hinlatschen. Wo kam die denn her? Tutut. Ne, tutut. Tutut. Hast du schon mal einen Zug gehört, der macht Noob, Noob? Oh, ich bin Kevin. Komm ich hier rein. Hallo. Ey, ich glaube Kevin kommt gleich zu dir rüber. Was? Was?